Hallo, ich wollte mich noch mal bei dir melden. Ich wollte dir sagen, dass ich das sehr nett fand, dass du da noch bei mir warst und mir da den Saft gebracht hast. Und dafür wollte ich dich eigentlich zum Wochenende einladen zu mir, wenn du Lust hast. Und wir machen uns das richtig nett und gemütlich und ich koche für dich und verwöhne dich und du kannst es dir bei mir richtig gut gehen lassen, wenn du willst. Wir haben ja jetzt dauernd geschrieben und telefoniert und was weiß ich nicht und ich finde dich richtig nett und würde dich gerne näher kennenlernen. Ja, wirklich. Ja, ich weiß, ich habe hier den Ruf in Heilensee eines Casanovas. Ich habe noch nicht die richtig gefunden. Ich hoffe, es gibt noch nicht die Ruf.